Herzlich willkommen zur Jan-Reichenbach-Show. Hier geht es um unterschiedliche Themen wie zum Beispiel Gesundheit, Politik, Sport, Technik und Umwelt. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur zweiten Stoffel Episode 18. Mein Name ist Jan-Reichenbach. Heute geht es um mein vier Wochen altes E-Bike und meine damit gemachten Erfahrungen und wo und wie ich das Ganze nutze. Seit vier Wochen habe ich ein E-Bike, genauer gesagt ein E-Mountain-Bike von der deutschen Firma Conway, das Modell K-RON S329 im Einsatz. Also es ist ein 29 Zoll Mountainbike mit neun Gang. Übrigens ein Testvideo zu meinem E-Bike findet ihr in den Shownotes auf janreichenbach.de. Wie teuer war mein E-Bike? Das E-Bike selbst hat 2799 Euro gekostet. Klar, hängt mit der Nähe zu München und auch mit der Inflation, die momentan stattfindet, zusammen. Das heißt also, es ist schon recht teuer jetzt und es wird zunehmend teurer. Also ich empfehle euch vielleicht in zwei bis drei Monaten über ein E-Bike Kauf nachzudenken. Dann dürft ihr preislich wieder einigermaßen einpendeln. Ansonsten bekommt ihr mein E-Bike vermutlich 50 bis 100 Euro andernorts günstiger. Hinzu kamen noch Beleuchtung, Steckblech vorne und hinten, Fahrradschloss und eine Fahrradpumpe, Fahrradglocke und Handyhalterung, Fahrradhandschuhe. An der Stelle noch vielleicht beim Fahrradschloss. Das sollte wirklich ein gutes sein, weil sonst kriegt er Probleme mit der Versicherung. Genau, daneben habe ich noch eben eine E-Bike-Versicherung abgeschlossen. Jahresbeitrag 73 Euro. Summa summarum habe ich circa 3000 Euro ausgegeben. Aber bevor ich in die Details gehe, hier nochmals ein kurzer Überblick, was es für fünf E-Bike-Typen überhaupt gibt. Das ist erstens das Citybike. Das hat einen eher schwachen Akku und ist eben, wie der Name schon sagt, für die Stadt geeignet. Dann gibt es zweitens ein Tourenbike. Das ist ideal für Radtouren. Der Allrounder schlechthin. Dann gibt es drittens das Mountainbike. Das ist ideal fürs Gelände und Feldwege, Naturschutzgebiet und so weiter. Von Haus auf, aber ohne Schutzblech und Beleuchtung und Gepäckträger. Also ihr könnt es aber wie ich zusätzlich installieren lassen oder auch selbst installieren. Dann gibt es noch den SUV unter den E-Bikes. Das ist eine Mischung aus Touren und Mountainbike mit Verkehrstauglichkeit. Also eben Schutzblech, Träger und Beleuchtung. Und fünftens, es gibt noch sogenannte S-Pedelecs. Ja, das würde ich mal als Moped-Ersatz bezeichnen. Und mit denen ist man bis zu 45 Stundenkilometer schnell. Und das ist für Berufspendler, die mindestens 20 Kilometer einfach fahren, interessant. Wie schaut es jetzt preislich aus bei E-Bikes? Preislich geht es ab ca. 2500 Euro los. Darunter würde ich persönlich nicht einsteigen, weil dann ist auch der Akku zu schwach und die Qualität, also sprich die Verarbeitung, lässt zu wünschen übrig. Nach oben gibt es preislich prinzipiell viel Luft. Wenn ihr beispielsweise ein S-Pedelec kauft, das bis zu 45 Stundenkilometer fährt, also schnell ist, könnt ihr auch 10.000 Euro und mehr ausgeben. Dann benötigt ihr aber auch ein Versicherungskennzeichen. Wie kann man jetzt die Preisgestaltung am besten einordnen bei E-Bikes? Also am günstigsten ist ein City-Bike. Danach kommen Mountainbike, Touren und SUV-Bike. Am teuersten ist, wie schon bereits erwähnt, das S-Pedelec. Der Preis ist auch sehr stark abhängig von der Leistungsstärke des Akkus und der Federung des E-Bikes. Zur Federung aber später mehr. Derzeit kann ich 500 Watt, 625 Watt und 750 Watt Akkus empfehlen. Klar, der 750 Watt Akku ist der stärkste und leistungsfähigste. Ich selbst habe einen 500 Watt Akku von Bosch und kann damit ca. 105 Kilometer fahren. Das ist natürlich abhängig vom verwendeten Modus, Gewicht des Fahrers und eben aber auch Fahrstil. Und wenn ich natürlich ständig zwischen den verschiedenen Modi umherschalte, ist es auch nicht akkuförderlich. Mit dem 625er Akku würde ich 10 bis 20 Kilometer weiterkommen als eben mit dem 500 Watt Akku und mit dem 750er Akku eben ca. 30 bis 40 Kilometer weiter. Das hat sich preislich für mich und meine Einsatzzwecke aber nicht gelohnt. Wie bin ich jetzt beim E-Bike Kauf vorgegangen und was war eigentlich überhaupt der Auslöser für den Kauf? Der Auslöser war meine zweite Knieoperation. Ich hatte im November 2020 meine erste Knie-OP wegen gerissenem Kreuzband und Meniskusschaden. Leider ist bei mir die Narbenbildung nicht gut verlaufen. Deswegen musste ich ein zweites Mal unters Messer und das war jetzt im März diesen Jahres und da wurde eben der Knorpel geklettet, vereinfacht, laientechnisch ausgedrückt. Jedenfalls wurde mir zum E-Bike geraten, da das Gelenk schonend sei und einen riesen Spaß mache. Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Wer einmal E-Bike Probe fährt, kann es meiner Meinung nach nicht mehr lassen. Wie bin ich nun konkret für den E-Bike Kauf vorgegangen? Zuerst habe ich Online-Recherche betrieben und mir YouTube-Videos und Dokus in der ARD und ZDF Mediathek zum Thema E-Bike angesehen. Dort habe ich auch erfahren, dass der Online-Kauf nicht billiger ist als der Offline-Kauf, jedoch die Auswahl in puncto Ausstattung und Farben online größer ist. Das kann ich bestätigen. Vorneweg, ich habe mir das E-Bike offline, klassisch im Fahrradgeschäft in meiner nächsten Nähe gekauft. Dies ist mir wichtig, wenn ich mal ein Problem habe und das hatte ich auch gleich zu Beginn. Doch dazu später mehr. Ich hatte zwei Fahrradgeschäfte in Ottobrunn, nahe München, aufgesucht, weil die am nächsten zu meinem Wohnort sind. Im ersten Geschäft bin ich drei E-Bikes Probe gefahren. Zuerst ein SUV-Bike von Morrison und der wäre ich preislich bei 5249 rausgekommen mit einem 625 Watt leistungsstarken Akku. Neben dem Akku ist der Preis auch deswegen so teuer gewesen, weil da eine Vollfederung dabei war. Aber solch eine Federung benötige ich nicht und versteht mich bitte nicht falsch. Das war ein absolut geiles E-Bike, aber ich fand es preislich schon ziemlich heftig und ich hatte im Vorfeld mir ein Budget von 3.000 bis 3.500 Euro festgelegt. Insofern fiel das sowieso von vornherein raus. Danach habe ich mir noch ein E-Mountainbike und E-Tracking-Bike angesehen für 3.800 beziehungsweise 3.500 Euro in diesem Top-Laden. Also das war schon mal ein guter Ausgangspunkt, aber danach bin ich noch in einen weiteren qualitativ hochwertigen Fahrradladen gefahren und bin ein E-Mountainbike gefahren mit einer sehr guten Federung, aber keiner Vollfederung und einem guten 500er Akku. Und was soll ich sagen, das hat mir so gut getaugt, Spaß gemacht, dass ich es gleich gekauft habe und zwei Tage später abholen konnte und ich habe es nicht bereut. Trotzdem gab es am Abholtag auch noch einen Schock. Also ich holte das E-Bike am Samstagvormittag ab und bin gleich damit nach Hause gefahren. Alles bestens. Am Nachmittag bin ich aber damit gleich ins angrenzende Naturschutzgebiet gefahren und da ist mir doch prompt die Kette gerissen. Das war natürlich Riesenpech und ein Schock zugleich. Beziehungsweise ich war echt wütend und gleichzeitig traurig. Leider hatte nachmittags der Fahrradladen geschlossen, sodass ich erst am Dienstag dorthin konnte, da sie montags geschlossen hatten. Aber die vom Fahrradladen haben mir das dann gleich kostenlos repariert. Anders hätte ich es auch nicht erwartet. Und genau für solch einen Fall ist es eben Gold wert, den Fahrradladen in der Nähe seines Wohnortes zu haben. Und wie gesagt, sowas kann schon mal passieren mit der Kette. Die haben vermutlich auf die Schnelle die Kette nicht richtig gespannt gehabt. Aber egal, sei es drum. Seitdem fährt es sich einwandfrei und ich habe sehr viel Spaß damit. Wofür nutze ich mein E-Bike? Ich fahre damit zur Arbeit ins Büro und auch zur Physiotherapie. Privat bin ich damit im Naturschutzgebiet auf Feldwegen unterwegs und fahre damit auch in Biergärten in meiner Umgebung, wo ich mich mit Freunden treffe. Welche vier Modi gibt es bei meinem E-Bike? Bosch sagt dazu offiziell Turbo, das heißt kraftvolle Unterstützung für sportliches Fahren. E-Mountainbike, progressive Unterstützung für ein natürliches Fahrgefühl. Tour, gleichmäßige Unterstützung für Touren. Und Eco, maximale Effizienz für maximale Reichweite. Welche Funktionalität am Fahrradcomputer ist meiner Meinung nach noch wichtig? Neben der Plus-Taste, mit der ihr zwischen den verschiedenen Modi wechselt, ist noch die Minus-Taste wichtig. Durch mittleres Drücken auf die Minus-Taste seht ihr Trip, also die gefahrenen Kilometer und eben Total oder Range, also die noch vorhandene Reichweite. Da ich in einer Mietswohnung lebe und leider keine Steckdose bei meinem Fahrradstellplatz habe, entnehme ich den Akku vom E-Bike und lade diesen in meiner Wohnung auf. Wie funktioniert die Akkuentnahme? Dazu habt ihr einen extra mitgelieferten Schlüssel zum Entsperren und Herausnehmen des Akkus. Ist wirklich kinderleich, man muss es halt einfach mal gemacht haben. Wie funktioniert das Laden des Akkus? Einfach den Akku mit dem mitgelieferten Ladekabel verbinden und das andere Ende des Kabels in die Steckdose stecken. Die Ladedauer ist abhängig vom Akku und der jeweiligen Entladung, also den Ladezustand. Bei mir dauert es circa 1 bis 4 Stunden. Ihr habt richtig gehört, im Durchschnitt lade ich in 2 Stunden auf. Dabei ist es egal, ob der Akku zu 30%, 50% oder 70% geladen ist. Also die Ladedauer ist natürlich davon abhängig, ganz klar. Aber ich meinte damit, aufladen geht immer und der Akku nimmt dadurch keinen Schaden. Hat also keinen Memory-Effekt, da es eben Lithium-Ionen-Zellen-Akku ist. Es wird sogar empfohlen, jede Woche zu laden und vor allem, wenn der Akku zwischen 30 und 60% hat. Was ist jetzt mein Fazit nach vier Wochen E-Bike-Praxis? Absolut geil. Ich kann es wärmstens empfehlen und das nicht nur der Temperaturen wegen. Ich fahre im Durchschnitt 25 Stundenkilometer schnell und das ohne große Mühen. Das heißt, ich bin schneller am Ziel als mit einem herkömmlichen Rad, wenn die Ampelschaltung und andere Verkehrsteilnehmer auch mitspielen. Ich lade meinen Akku im Normalfall ein- bis zweimal pro Woche auf. Derzeit fahre ich zweimal die Woche ins Büro. Das sind circa 15 Minuten einfach. Zweimal zur Physiotherapie, das sind circa 12 Minuten einfach. Und dann eben noch am Wochenende zu Freunden, Supermarkt oder Bäcker und eben Naturschutzgebiet. Ihr solltet circa 2.500 bis 5.500 Budget einplanen für den Kauf eines E-Bikes, abhängig natürlich von eurem Einsatzzweck. Das S-Pedelec lasse ich jetzt mal außen vor. Empfehlenswert ist es sich, seine Strecken, die man fahren möchte, vorher zu überlegen, um die Reichweite und damit den Akku zu bestimmen, den man benötigt. Mit 500 Watt kommt ihr circa 100 Kilometer weit. Auch ist es ratsam, sich Gedanken über die Federung zu machen. Also im Vorfeld. Nach dem Kauf empfiehlt sich eine E-Bike-Versicherung gegen Diebstahl abzuschließen, die circa 75 Euro pro Jahr bei 3.000 Versicherungssumme kostet. Je teurer der Preis des E-Bikes, desto teurer natürlich auch der jährliche Versicherungsbeitrag. Dabei rechnet ihr den Kaufpreis und Zubehör ein. So bin ich eben auf 3.000 Euro Versicherungssumme gekommen. Und nun viel Spaß beim E-Bike-Kauf und vor allem Fahren. So, das war's schon. War mir eine Ehre und hat mir Spaß gemacht. Wie immer gilt, die Shownotes findet ihr auf janreichenbach.de. Bitte abonnier meinen Newsletter, Podcast und YouTube-Kanal. Bleibe gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao und einen schönen Vatertag.